Wer ist denn Koscho? Findest du Koscho nicht? Ne, ich kenn nur Koscho, nicht. Naja, und das ist die Schwester davon. Achso. Naja, mit Schwestern hab ich nicht so. Boah, Kugel, direkt auf mich zugeflogen, greift mich sofort an. Die Arne steht da an, ne. Ja, mach mal. Oh Gott, ich muss niesen. Gesundheit. Ja, jetzt wo ich es gesagt hab, wusste ich nicht mehr. Das war ja komisch. Ich brauche ein Bett, um mich mal auszuholen. Hey. Oh, ich hab was gefunden. Eine. Oh, ich hab was gefunden. Oh, ich hab was gefunden. Da bin ich alle so dunkel jetzt hier. Oh, ne Kiste, ne Kiste, ne Kiste, ne Kiste. Du Kisten, Willi. Und sogar ne grüne Hightech-Kiste. Ne Hightech. Und da ist eine Copper-X drin und 8 Wackeln. Ist doch super, oder? Wow, bei Hightech. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Da finde ich ja an normalen Küsten mehr. Ich hab in meiner normalen Küste, da hab ich Gold gefunden. Oh. Wir sind ein bisschen albern. War wieder so ein Labor hier. Also die Labor war so ein Haus hier, wo die Roboter immer drin sind. Unten drunter war halt grünes Wasser. Und die Küste war einfach so da mittendrin. Grünes Wasser. Oh, ich hab schon wieder einen Endpost. Ja, die oh grad. Hightech auch grad. Den hab ich aber. Vorher hab ich den auch. Für kleine Türchen. Den hab ich aber tot gemacht, du. Ich mich erst mal. So. Da sollte der theoretisch nicht dran kommen. Kann hier aber schön durchlaufen. Joil. Ja, nochmal. Höh. Ich hab gesagt, dass wir drücken. Joil. Joil. Ach, die Vögel wollen wieder Stress anfallen hier. Hab wir nicht mal alle. Am Zen-Bord hier nicht. Bin da hin. Bin da hier unten. Was? Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Wo willst du hin? Hier bin ich doch. Guck mal, hier bin ich. Guck guck. Du bist uninteressant. Du bist vielleicht ne Frau. Der mag keine Frauen. Oh, mir fast tut. Oh, Alter. Einmal getroffen. Aber ich lebe hier noch. Das ist natürlich... Wie soll man es nennen? Blöd. Aber jetzt mach ich ihn fertig. Jetzt mach dann fertig, sag da. Jetzt mach ich sie fertig. Ich werde sie sein. Oh. Lass die Frau in Ruhe. Ah. Ah. Ups. Oh, Alter. Was ist so los? Ihr habt's gesehen. Ich wollte zu helfen. Die Stadt im Weg. Die haben ja auch nix drin. Oh. Aber ja. Nischt. Oh. Bleib doch mal stehen jetzt. Bleib doch mal stehen jetzt hier. Aber du. Und hüppel nicht du dir. Hüppel. 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 Äh. Uncool. Uncool. Uncool, sagte ich. Oh. Flüttl. Fisch, du. Reichtig, nackig. Also... Dumpel, Fleisch und so. Ja, ja. Das sagen sie alle. Mach' Ой. jetzt kommt die nächsten tiere da kommt schon hoch und wir verheilen jetzt ja grüß dich guten tag hallo doch schon ziemlich zeitig jetzt alles geschafft habe ja einer weg löst der planeten gefällt mir eigentlich auch nicht so nach unten zu als sie so gedacht war mein fleisch na gut so das wettler ja ich weiß das immer das muss das ja so machen ich hab dir bisschen kohle reingepackt war kannst du gleich mal reinschmeißen so hört mir nicht zu manchmal muss ich denn zuhören ja wer sagt denn das wo stand das willst du noch eine axt haben 10 dps 19 per swing aber leider nur 52 speed strom ich bin gerade noch am gucken das kann ich dir noch nicht sagen wo mal hinfliegen wenn ich das jetzt bei dir einscane habe ich das dann auf meinem schiff auch das hast du nur auf dem schiff dann wenn ich das jetzt trotzdem hier einscane ja mach ich das doch mal so ich habe hier was habe ich denn so alles geklaut das war mein akku schon wieder mal alles fast so da bin ich wieder wo hast du denn ich habe gesagt ich muss mal kurz niesen ach so dass ich hier nicht so ins mikrofon drin schniefe mal kurz gebootet ja das mache ich auch immer aber ein hofen waffen ach hier die eifer fehlt mir irgendwie nicht mehr das ist das ist weh weh was würde ich denn jetzt bauen was wo war denn das war das hier ja ich bin einscane einscane jungenfleck ach da ach da ja was braucht man in A2 silber copper argön ach ja wenn es weiter nichts ist so das geht ja gar nicht was geht denn nicht ne ist schon gut ich bin immer noch fleißig beim einscane ach so ich dachte bei uns im bohr bohr das habe ich zu nebenbei unruhig gemacht hm hab ich mitgekriegt ähm bohr ach da ja das behalt die gleich mal ja So, weil das am Anfang wahrscheinlich noch ziemlich häufig passieren wird bei mir. Ach, den Sessel, den muss ich unbedingt nur einscannen. Äh, reicht nicht mehr. Scheiße. Hab ich scheiße gesagt? Ja, du bist ein böses Lusher. Guck mal, kannst dich hinsetzen. Wenn ich mal die Zeit habe, setze ich mich hin. So, dann fliege ich mal kurz zur Heimatbasis. Also, wopo, du kannst ja dann mal ein Hinterherkommen. So, Heimatbasis? Mh, so ein kleines, trautes Heim. Ja, du Schwein. Uuuh, du hast keine Schweine gesagt. Schweinchen, besser. Ach, ich hätte mir... Ah, das ist wirklich wieder gemacht. Oh, du misst sicher. Tja... Juhu, ich komme mal. Uiuiui. Hallo, die Abkürzung. Was ist die Abkürzung? Oh, ein Hofentiere hier, was ist hier los? So, was man sonst? Ja. Menschenfleisch. Ah, die rennen weg. Alle, ja... Ja, natürlich bin ich... Weißt du... So wie gesagt, wahr? Was? Ne, ich meine hier, die, ähm... Ich bin ganz lieb. Es ist aber mir neu, dass du lieb bist. Ach, nein. Meine Gefangenen. Deine Gefangenen? Ja, schlimm auch nebenbei noch ein bisschen die Tiere so. Reicheinheiten und so. Ja, das war... Die Armtiere. Diese Vögel und ihre Blubberblasen hier. Was war mir denn zu Hause, Schatzi? Ähm... Hier wird ein Todesurteil gesprochen. Waa? Warum? Weil du... Wie soll ich denn das nennen? Echt geliebt bin. Nee. Zu lieb wär ja... Naja. Tadam. Ich komme... Wo bleibst du denn? Ja, naja, ich bin auf dem Weg. Ich bin jetzt bei... Wer hat denn mein Feldschöber da abgeerntet? Weiß ich nicht. Kann ich denn das? Hättest du ja wenigstens neu bepflanzen können. Uh! Sagt er, weiß ich nicht. Und du sagst, neu bepflanzen, nicht draufdrücken. Wollt ihr da verrückt? Jetzt ist es schon? Ich hab noch nicht meine Rüstung. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Okay. Dann geh ich mal auf ne... ...klässere Position. Was denkst du denn, warum ich unser... ...haus gewählt hab? Doch, ich bin dann soweit. Naja, ist doch schon da. Boah, ich bin zu weit unten. Ja, wo ist die wir hier hin? Feuer! 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 Angriff! Wir waren angegriffen! Juuu! Irgendwie habe ich mir den Gegner schwerer in Erinnerung. Ja? Ja. Normalerweise müsste auch so eine kleine Raumschilfe kommen und... Ja, es kamen zwei Bodeneinheiten, aber das war's auch jetzt irgendwie. Ja, vielleicht kommt ja noch was. Aber der bewegt sich gar nicht. Nee, der ist ja gleich tot. Früher ist er aber noch nach oben und halt dann noch rücken so und hat geschossen noch so. Dann weiß ich. Das ist ja albern. Boah, wir sind einfach zu klemmen. Boah, der hängt fest. Festgepackt. Und kaputt. Ja, boah. Boah, war echt gut. Ja, der Kampf war ziemlich episch. Ja, ich bin total fertig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin hier total... Boah, das ist ja... Boah. Was denn nun? Ja, was denn nun? Nimm dein Zeug mit von Hema. Öh. Was ist jetzt? Ich hab's vorher schon gesagt. Alles? Alles. Alles. Ah, tut mir leid, liebe Zuschauer, dass ich hier jetzt mal hin und her... muss. Doch, Gottchen. Ich muss ja wieder bis dahin laufen. Oh, nee. Na ja. Ist doch nicht schlimm. Sooo... Siehst du, da hast du ja nicht mal ne Rüstung gebraucht dafür. Ne, weil ich mich in meiner Boch versteckt habe. Na ja, versteckt. Ich stand die Naute runter und er hat nicht schimmert. Ähnlich ein bisschen albern, oder? Das war... Das war... Na ja. Vielleicht hat er ein wenig rumgebaggert. Oder die haben's echt leichter gemacht, ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Nein. Neu, mein Geld, zum zurück. Was ist dein Geld? Ich hab mein Geld verloren. Typisch Frauen. Typisch Frauen. Wird angegriffen. Wird angegriffen. Fünf Stück braucht man da. Aber wir brauchen unbedingt mal Bäume. Wo man auch Bandage draus machen kann. Äh, Bandage eigentlich schon Bandagen draus machen kann. Und Bäume? Hä? Du musst dich grad nicht verstehen, was du da von dir gegeben hast, ja? Es gibt doch Bäume. Es gibt Bäume, ja. Du mögen leider nicht, wo Bäume sind, wo man Bandagen draus machen kann. Das ist Forrester. Oh. Juh. Ja. Wollte ich mitnehmen. So. Dann können wir in den Beta-Sektor. Mal gucken, was sich hier so verändert hat. Mal gucken, was ich überhaupt noch drinne habe. Ich hab ja alles hier schön gebunkert. Ja. Ich sag nur. Ein Wort mit D. Ziemlich wertvoll. Äh. Ein Ofen. Was? Ein Ofen? Fängt doch nicht mit D ein. Ein Ofen. Alter. Jetzt hatte ich hier nicht auch schon was rein gemacht. Ritzen, Bücher. Schade. Bring die Dias mit. Die Dias? Eine Dias-Show. Die Dias. Was? Wollte doch bloß einen haben. Hier überall so wenig Planeten. Das ist doch nicht nett. Das weiß ich gar nicht, ob ich den schon mitgenommen hatte. Was? Was weißt du nicht, ob du mitgenommen hast? Ach, nur wegen eines können. So. Dschungel. 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 Ach so. Das würde ich nicht. Gibt's hier so wenig Planeten, die vernünftig sind. Ey, gut. Ähm. Was willst du denn mit der Tür? Was? Tür? Ja. Wo bist denn du schon wieder? Was? Wo bist denn du schon wieder? Bist du blind? Bist du blind? Wieso bin ich blind? Du weißt nicht, wo ich bin. Ach da. Ich hab auch gerade im Inventar. Hallöchen. Wir sind Kohle spendieren. Was soll man denn dazu noch sagen? Du bist so getarnt. Getarnt. Du bist voll der Tarner hier. Ja, genau. In den Rücken, in den Rücken. Naja, du Nachtschnecke. Oh. Das war eigentlich kein Kompliment. Ah, danke, danke. Der nackig und schleimig. Ich weiß ja nicht, ob man das als Kompliment aufpassen kann. Ja, ich kann mich ja auch mal so verklären wie du. Dann bin ich deine... Deine geile Poate. Yeah, Baby. Komm, wir fliegen jetzt ins Universum. Aber wir sind ja schon im Universum. Weck ihn rein. Ähm, ja, ähm, ich mach's dann noch ein bisschen weiter. Ach ja. Der Daniel muss kommen. Kann man Sachen eigentlich auch einskennen? Wieso muss der Daniel kommen? Na, damit irgendwie mal wieder Zucht und Ordnung herrscht hier. Was? Hab ich dir was getan? Ständig. Boah, ich kann ja gar nicht. Ich hab kein Geld mehr. Ach man, hier. Warum gibt's hier keinen Planeten, wo 200 Planeten sind? Ich mein, ein Sternsystem. Ja, ich mein, ein Sternsystem. Ist doch gut. Sind's noch heimlich? Nö. Wüsste ich mal. Hätte ich mal noch. Die finde ich eigentlich nur ständig. Ich glaub auch, die hab ich schon. Aber hab ich mir eine Waffe. Nütze ich's sowieso nicht. Hat ich nicht noch eine Kiste? Wo hast du eine Kiste? Wo soll ich dir eine geben? Ne, ich hab ja noch eine Kiste. Ähm. Ich hab so viel Rümpel hier. Ich bin mir schon da. Ich bin mir schon da. Ich bin mir schon da. Papa. Ich bin mir schon da.